Hallo Leute, da sind wir wieder zu einem neuen kleinen Vlog und diesmal der erste Vlog oder beziehungsweise eigentlich der nullte Vlog von einer bestimmten Reihe, nämlich Neko in Japan und ja, wie einige wissen, studiere ich ja Japanologie und bin mittlerweile im dritten Semester beziehungsweise dann Ende der Semesterferien im vierten Semester und bei uns an der Universität hat man die Möglichkeit. Theoretisch im fünften und sechsten Semester, aber die zählen nicht als die Semester, sondern man muss die in Leipzig dann trotzdem noch nachmachen. Aber ja, im theoretisch fünften und sechsten Semester hat man die Möglichkeit ein Auslandsjahr zu machen. Und ja, ich möchte diese Chance so gerne nutzen, beziehungsweise habe sie mehr oder weniger schon genutzt und möchte euch erstmal ein bisschen auf den Laufenden halten, erstmal ein bisschen den Bewerbungsprozess erklären und auch wo ich denn hinkomme, weil das steht nämlich auch schon fest. Und ich muss jetzt eigentlich theoretisch nur noch meine Japanisch Prüfung bestehen und die Bewerbung richtig abschicken. Und dann bin ich sozusagen, habe ich sozusagen meinen Platz an der Universität, an der ich in Japan nun gelandet bin. Aber erstmal zum Bewerbungsprozess. Also wir mussten uns schon letztes Jahr 2016 im November bewerben, sogar zweimal bewerben. Einmal mussten wir uns bis Mitte November bei unserer Professorin, Professor Dr. Richter, bewerben. Und dann mussten wir uns nochmal offiziell beim Akademischen Auslandsamt bewerben. Und ja, die erste Bewerbung für unsere Professorin sah folgendermaßen aus. Wir mussten so eine Art Selbstbeschreibung machen, also wie wir zu Japanologie gekommen sind, warum wir das studieren und wie unsere japanischen Fähigkeiten sind und auch speziell darauf eingehen, was wir in Japan so als spezielles Forschungsthema machen wollen. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, so ein bisschen die Nintendo Switch zu analysieren, wie sie sich so jetzt entwickelt. Einerseits vielleicht in Europa und speziell Deutschland und wie sie sich in Japan entwickelt, wie sie sich verkauft und so weiter, welche Spiele interessant sind. Weil das kann man sehr gut in der Panologie mit einem binden, so Videospielthemen. Das ist immer sehr, sehr praktisch für jemanden, der sich da interessiert. Und das habe ich mir so als Forschungsthema ausgedacht. Aber muss ich noch ausreifen, inwieweit ich das mache, ob ich mich vielleicht auch nicht noch umentscheide, falls es zu schwer ist, das zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall die erste Bewerbung für unsere Professorin, damit sie auch sieht, wir sind engagiert, wir wollen ein Austlandsjahr machen und wir haben auch wirklich etwas vor und sind da motiviert, gehen da motiviert an die Sache ran. Die zweite Bewerbung, die war bis zum 1. Dezember letzten Jahres für das Akademische Austlandsamt. Das war eine Online-Bewerbung. Im Prinzip eigentlich nur wirklich ausfüllen, repetitiv nichts wirklich Interessantes und Spannendes. Und ja, das habe ich auch gemacht und ich glaube Mitte, Ende Dezember, ich glaube an dem letzten Dienstag, wo ich noch irgendwie Uni-Krams hatte. Ich glaube, es war der 21. Dezember. Aber haben wir tatsächlich eine Rückmeldung bekommen, von wegen, ja, du wurdest nominiert für die Uni-Universität. Und ich habe mich echt gefreut. Ich saß währenddessen tatsächlich sogar noch in einem Seminar von meinem Nebenfach Deutsches Fremdsprache. Und ich konnte das ganze wieder, aber ich glaube ich out of order, weil ich einfach nur so gedacht habe, oh mein Gott, du hast einen Platz an einer Partner-Universität in Japan. Und ja, wir durften uns zwischen, oder wir durften uns drei Wunsch-Universitäten aussuchen. Und ich hatte mein erster Wunsch-Universität war die Shinju-Universität in Matsumoto. Und die anderen beiden, ich glaube es war noch die Mio-Universität in Tsu und die Shiba-Universität in Shiba. Und ja, es ist tatsächlich mein erster Wunsch geworden, die Shinju-Universität in Matsumoto. Ich hoffe, ich blende jetzt hier auch wunderschön ein, wo Matsumoto liegt. Ein kleines, ja überschauliches Städtchen, würde ich sagen. Also nicht so eine mega Großstadt wie Tokio, sondern wirklich überschaubar. Liegt in den japanischen Alpen und ich bin da sowieso ein Freund von irgendwie... Ich mag Berge. Ich bin... Ich freue mich schon sehr darauf dort zu sein, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Ort ist. Es gibt wahrscheinlich auch dort sehr, sehr viel, was man machen kann. Und ich werde auf jeden Fall auch gucken, ob ich hier auch ein bisschen rumreise. Ja, mit zwei anderen aus meinem Semester fliege ich dann tatsächlich September 2017, also ungefähr einem halben Jahr, kann man so ungefähr schätzen, nach Japan, nach Matsumoto zur Shinju-Universität und werde dort ein Jahr lang studieren. Hoffentlich. Solange alles gut läuft jetzt noch. Denn jetzt kommt nämlich mehr oder weniger erst der wirklich schwierige Teil, weil wir wurden... Theoretisch wurden wir nur nominiert für einen Platz. Also wir haben ihn eigentlich schon fest, nur wir müssen jetzt noch beweisen, dass wir halt wirklich uns anstrengen, dort hinzukommen. Jetzt die drittsemestrige, ähm, Prüfung müssen wir bestehen. Ich bin natürlich das erste Mal wieder durchgefallen, aber auch nur ganz knapp. Also, glaub ich, fünf Punkte haben mir gefehlt zum Bestehen. Und deswegen muss ich jetzt nur noch die Nachprüfung machen, die bestehen, was aber kein Problem sein sollte. Und wir müssen uns tatsächlich jetzt noch... Das ist aber unterschiedlich. Wir haben irgendwie acht Partneruniversitäten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also doch schon einige. Und für jede Partneruniversität gibt es jetzt noch ein eigenes Bewerbungsverfahren, wo wir uns wirklich an der Partneruniversität als Osthochstudenten bewerben sollen. Und da bin ich gerade dran, das auszufüllen. Das ist nicht gerade einfach. Vor allem für die Shinju-Universität ist das schon ein bisschen aufwendig, weil wir müssen noch so eine Arztkonsultation machen, was immer noch ein bisschen aufwendig ist. Und ja, die Hausärzte wissen auch nicht immer so, was damit gemeint ist. Vor allem, weil es alles auf Englisch ist. Noch ein Banknachweis und bla, alles drum und dran. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger, diese Bewerbung. Aber ich bin guter Dinge. Bin gerade drauf und dran, das irgendwie fertig zu machen. Grob ist sogar schon alles ausgefüllt. Und brauche jetzt nur noch wirklich die wichtigen Dinge. Reisepass habe ich auch schon beantragt und bekommen. Passbild habe ich gemacht, alles. Von daher fehlt nicht mehr so viel bei der Bewerbung und wir müssen uns bis spätestens, theoretisch eigentlich erst bis 30. April, aber die ganzen Unterlagen müssen bis Mitte April bei unserer Auslandsbeauftragten vorhanden sein, damit sie die nach Japan schicken kann und die noch pünktlich ankommen. Also muss ich mich jetzt noch in meinen Semesterferien darum kümmern, dass es alles abgeschlossen ist, aber soweit. Sollte, glaube ich, erstmal ausgefüllt sein. Das war es erstmal so grob für das Video. Ich wollte nur ein bisschen erklären, was ich gerade so alles durchmachen muss für dieses Auslandsjahr. Und ich werde wahrscheinlich dann noch ein, zwei weitere Updatevideos machen. Wahrscheinlich dann, wenn ich wirklich die Rückmeldung bekomme, von wegen von der Uni, ja, sie sind angenommen und jetzt können sie sich, was weiß ich, für Wohnheimsplatz bewerben oder irgendwelche Unterlagen geschickt bekommen. Dann werde ich wahrscheinlich noch einen weiteren Updatevlog machen und vielleicht auch nochmal kurz vorm Auslandsjahr dann nochmal so die Ruhe vor dem Sturm, bevor alles losgeht. Und ich bin wirklich sehr, ich freue mich wirklich sehr, hier an der Universität Leipzig die Chance zu haben, ein Auslandsjahr zu machen. Und hoffe, dass beim weiteren Bewerbungsprozess irgendwie nichts in den Weg kommt. Es ist schon kompliziert genug, ehrlich gesagt. Also es ist nicht ohne. Das meiste ist zwar nur wieder stupides Ausfüllen, aber man muss schon einiges, so ein bisschen was machen und zu irgendwelchen Papierkram-M dann laufen, bla bla bla. Das ist deutsche Bürokratie bzw. japanische Bürokratie. Es ist nicht gerade ohne. Aber ja, das werde ich auch noch durchstehen. Und ich werde euch natürlich weiter informieren, wie es aussieht, wann ich irgendwie eine Rückmeldung bekomme von der Uni. Ich glaube, das wird irgendwie Juni, Juli rum sein. Auch die Flüge und so weiter müssen geplant werden. Wir wollen eigentlich zu dritt fliegen. Ich will mit den zwei anderen, die auch nach Shinju gehen, zusammen fliegen. Und auch mit zwei anderen, mit meiner lieben Yuki, die leider nicht mit nach Shinju gekommen ist, sondern nach Aichi. Und ihr Mitfahrer, der nach Aichi kommt, wir wollen eigentlich zu fünft zusammen nach Airbahn fliegen. Ich hoffe, das klappt auch so. Aber da müssen wir uns dann irgendwie noch drum kümmern. BAföG zum Beispiel musste mich auch drum kümmern. Das habe ich aber tatsächlich schon ausgefüllt und abgeschickt. Einfach, damit die wissen, die braucht Auslands-BAföG, damit die das schon mal bearbeiten können. Weil die brauchen eh noch 1000 Zettelgramms, den ich noch nachliefern muss. Den ich jetzt noch nicht habe. Irgendwie Bestätigung von der Auslands-Uni habe ich ja noch gar nicht. Ich habe mich ja noch nicht mehr richtig beworben. Deswegen, das ist alles so ein bisschen Kuttel-Muttel. Man muss so ein bisschen versuchen, den Überblick zu behalten, was man ausfüllen muss, was man braucht. Auch zum Beispiel andere Dinge, Versicherungen und so weiter. Da muss man sich auch alles drum kümmern. Aber ja, ich hoffe, das kriege ich hin einigermaßen. Ich habe ja noch meine Eltern, die mich da zum Glück tatkräftig unterstützen. Und ich fahre auch immer wieder nach Hause, um irgendwelche Arzttermine zu haben. Oder bei der Sparkasse, dass ich da alles abkläre und so weiter. Es ist schon einiges, was man machen muss. Aber ich freue mich sehr auf Japan. Ich bin froh, die Chance zu haben. Und ja, wir sehen uns dann in einem weiteren Update-Video. Ihr könnt auch gerne die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich beantworte die Lieben gerne. Und ich werde auch versuchen, auf meinem Blog, den ich ja schon vorgestellt habe, ein paar Updates zu geben, z.B. die Japanologie-Seite ein bisschen weiter auszuführen. Ich hoffe, ich kann euch dann auch mitnehmen zu meinem Auslandsjahr. Ja, das ist zumindest bisher geplant, dass ich da Vlogs mache und so weiter. Dass ich euch so ein bisschen mit nach Japan nehme und ihr da so ein bisschen das erleben könnt, was ich auch erlebe. Und dass ich euch mit dieser wunderschönen Kamera Japan ein bisschen näher bringen kann, hoffentlich. Aber ja, wir sehen uns dann bei einem weiteren Vlog wieder. Es wird wahrscheinlich irgendwann in den nächsten paar Wochen noch ein Vlog geben, der ist aber noch geheim. Es ist etwas, es ist tatsächlich halt Unboxing, aber es ist etwas, dass ich mich erst belohne, wenn ich meine Japanisch-Prüfung bestanden habe. Und im Moment bekomme ich dieses Etwas, glaube ich, nirgendwo her. Und ich hoffe, dass ich sie in zwei Wochen oder das Etwas in zwei Wochen irgendwo auffinden kann hier. Ich meine, ich lebe eigentlich in einer Großstadt, in irgendeinem Markt. Wird es schon vorhanden sein? Wenn nicht, ja, ich hoffe, ich werde es kommen. Aber dazu kommt auf jeden Fall auch ein Unboxing und einige werden wahrscheinlich schon erraten, um was es sich da handelt. Aber ja, das gibt es dann erst in ein paar Wochen. Ich bedanke mich für's Zuschauen und ja, weitere Updates folgen. Bis dahin, macht's gut und tschau. Musik 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 Vielen Dank.